Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin Eindring, ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem Runden um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Wir begeben uns heute auf eine Reise, eine Reise nach Entdeckungen, Schätzen und lukrativen Handelsguten. Auf diese Reise nimmt uns die Gilde der fahrenden Händler mit und das kommt jetzt auf den Tisch. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit die Gilde der fahrenden Händler von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. Das Spiel ist auf Deutsch in 2023 bei Skellig Games erschienen und ist geeignet für ein bis vier Personen. Eine Partie dauert etwa 45 Minuten und das Spiel wird vom Verlag ab 14 Jahren empfohlen. In die Gilde der fahrenden Händler sind wir jetzt eben diese fahrenden Händler unterwegs und erkunden das Gelände auf einer von vier Landkarten. Dabei entdecken wir Dörfer, Schätze und Aufsichtstürme und etablieren Handelsrouten zwischen den Städten. In vier Runden werden dazu die Erkundungskarten aufgedeckt, worauf zu sehen ist, welche Geländearten in diesem Zug erkundet werden können. Erkundete Felder werden mit kleinen Holzwürfeln markiert, diese werden aber am Ende jeder Runde wieder entfernt. Nur Dörfer bleiben bestehen, sodass diese essentiell sind, um auch weiter entfernte Gebiete zu erreichen. Zu dem bekommen die Spielenden im Laufe des Spiels auch ganz individuelle Erkundungsfähigkeiten. Wer am Ende die meisten Münzen eingesammelt hat, gewinnt. Und wie das genau funktioniert, da schauen wir uns jetzt über die Regeln, das Material und den Spielablauf an. Hier seht ihr das Material für die Gilde der fahrenden Händler. Ich gehe mit euch jetzt erstmal den Spielaufbau und das Material durch und dann gehen wir auch in den Spielablauf. Zu Beginn einer Partie müssen sich die Spielenden als allererstes für eine der vier Landkarten entscheiden. Ich werde euch anhand der Avenia-Karte hier das Spiel erklären. Das ist so ein bisschen die Basiskarte, anhand derer man das Spiel sehr gut kennenlernen kann. Die hat noch nicht viele Sonderregeln, die hat eigentlich nur eine Besonderheit. Die anderen Landkarten, die haben ein paar mehr Besonderheiten. Und ja, neben der Avenia-Karte haben wir dann noch die Karte Argon. Außerdem gibt es noch Kazan und Zenidaria. Und die Besonderheiten von den jeweiligen Landkarten werde ich euch am Ende dieser Regelerklärung dann auch noch erzählen. Passend zur Landkarte müssen wir dann hier noch den Zielkartenstapel mitnehmen. Die anderen können dementsprechend zur Seite gelegt werden, die brauchen wir nicht. Von diesen sechs Zielkarten, die es für jede Landkarte gibt, brauchen wir drei Stück. Und die legen wir einfach so bereit, dass die alle gut sehen können. Diese Ziele können später von den Spielenden erfüllt werden, um Punkte zu bekommen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch natürlich später. Die anderen drei Ziele brauchen wir dann in dieser Partie nicht. Was die Spielenden angeht, brauchen sie neben ihrer Landkarte dann einfach noch das Material in ihrer Farbe. Ich nehme natürlich Rot, das ist so meine Go-To-Farbe, was die Farben angeht, immer beim Spielmaterial. Die restlichen gehen dann natürlich zu den anderen Spielenden. Außerdem bereit gemacht wird hier das Tableau mit den Erkundungskarten. Und die Erkundungskarten, die können wir einfach erstmal auf ihre jeweiligen Felder legen. Und was die dann machen, das erkläre ich euch natürlich gleich noch. Dann haben wir noch zwei Kartenstapel. Wir haben hier zum einen die Schätze, die einfach mischen und bereitlegen. Und die Erkundungsfähigkeiten, auch die bereitlegen, was die machen und wie das alles funktioniert. Da kommen wir dann natürlich gleich noch zu. Außerdem habe ich hier noch jede Menge Marker. Ich packe die hier immer gerne in die Honeycombs von Brettspiellösung. Aber ihr könnt die natürlich auch anders bereitlegen. Ich mag die Sachen einfach nur sehr und benutze sie dann hier auch bei diesem Spiel. Wir haben hier zum einen die Münzen. Die werden genutzt, um die Punkte zu sammeln. Also immer wenn man entsprechend Punkte bekommt, nimmt man sich hier diese Münzen. Man kann die Punkte dabei übrigens auch geheim halten, wenn man möchte. Und die restlichen Marker, die erkläre ich euch, wenn wir die im Spiel dann auch zu Gesicht bekommen. Nun kann es auch schon fast losgehen mit der ersten Runde. Und zu Beginn jeder Runde müssen wir das Deck mit den Erkundungskarten bereit machen. Und in jeder Runde kommen dabei die fünf Basis-Erkundungskarten mit rein, die in der oberen Zeile hier auf dem Tableau liegen. Wenn ich die Karten gegriffen bekomme, dann kann ich die da auch wegnehmen. Und zu Beginn der ersten Runde nehmen wir außerdem noch die Erkundungskarte der Ära 1 mit hier in den Stapel. Der wird dann gemischt und dann kann die erste Runde beginnen. Die weiteren Karten, die jetzt hier noch liegen, die kommen dann in den späteren Runden dazu. Die hier in der zweiten, die in der dritten und die in der vierten. Die anderen Karten bleiben aber für die weiteren Runden dann auch mit im Deck, werden also auch wieder genutzt. Zu Beginn einer Runde haben wir dann hier unser Erkundungskartendeck und dieses Deck wird jetzt einmal komplett durchgespielt. Dann geht die nächste Runde los und dann auch wieder wird das Deck komplett durchgespielt. Und wie das jetzt alles funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Ja, ist die Runde losgegangen, wird einfach die erste Erkundungskarte aufgedeckt. Und in diesem Falle haben wir das Gebirge. Die Erkundungskarten legt man einfach hier auf das Tableau für die Erkundungskarten, sodass man immer gut sehen kann, welche Karten sind schon aufgetaucht und welche kommen dementsprechend noch. Wenn wir eine Erkundungskarte gezogen haben, sagt uns diese Erkundungskarte, auf welchem Gelände wir in diesem Zug einen Erkundungswürfel platzieren können. Wir haben hier unser Material und da sind vor allem diese Würfel in der jeweiligen Farbe mit drin. Bei mir natürlich rot. Und wir haben auf unserer Landkarte hier in der Mitte unsere Hauptstadt. Das ist so ein großes, rundes Feld. Und von dem aus starten wir in der ersten Runde unsere Erkundung. Und zwar lege ich jetzt an ein angrenzendes Feld, also hier oder hier, weil wir haben ja hier das Gebirgefeld gezogen, einen Würfel halt auf eines der Gebirgsfelder. Und in diesem Falle würde ich mal dieses Feld hier nehmen. Denn immer, wenn man auf einem Feld mit einer oder auch mehreren Münzen weiter am Rand der Karte einen Erkundungswürfel legt, bekommt man direkt diese Anzahl an Münzen. In diesem Falle würde ich mir also gleich schon mal eine Münze mir hier nehmen. Und ja, die anderen Spielenden werden sich dann eben auch entscheiden, wo sie ihren Würfel hinlegen. Jetzt im ersten Zug, in der ersten Runde, geht es halt bei einem Gebirgsfeld entweder nur hier oder hier. Denn, wie gesagt, wir müssen angrenzend an unserer Hauptstadt beginnen. Ab dann darf man immer angrenzend zu allen Erkundungswürfeln weiter platzieren. Ja, das war jetzt schon der erste Zug. Decken wir einfach die nächste Erkundungskarte auf. Ich spiele jetzt einfach mal die erste Runde für euch durch. So, hier haben wir die Erkundungskarte mit den zwei beliebigen Feldern. Aber die müssen zusammenhängen. Das sieht man daran, dass hier die beiden Felder wirklich so nebeneinander dargestellt sind. Und damit habe ich jetzt jede Menge Möglichkeiten. Ich kann halt tatsächlich einfach zwei zusammenhängende Felder hier markieren. Und da könnte ich jetzt so das zum Beispiel platzieren. Ich muss halt immer angrenzend an bereits erkundete Felder oder meine Hauptstadt platzieren. Ich könnte auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und es müssen halt bei dieser Erkundungskarte die Felder auch nicht vom gleichen Typ sein. Ich könnte dann also zum Beispiel auch hier ein Wasser- und ein Wüstenfeld nehmen. Das ist da wirklich völlig mir überlassen. In diesem Falle würde ich aber, weil ich ja halt hier schon dieses Gebirgsfeld besetzt habe, würde ich, glaube ich, noch die beiden anderen Gebirgsfelder hier markieren. Denn immer, wenn ich ein Gebiet eines Geländetyps komplett erkundet habe, in diesem Falle habe ich ja hier ein Gebiet aus drei Gebirgsfeldern, wenn ich das jetzt hier komplett erkundet habe, darf ich einen dieser Würfel, allerdings nicht einen, der auf so einem Münzfeld liegt, durch ein Dorf ersetzen. Dörfer haben wir hier auch als kleine eigene Figur. Und da würde ich jetzt zum Beispiel diesen Würfel für entfernen. Und für so ein Dorf bekomme ich erstmal, je nachdem in welcher Runde wir uns gerade befinden, Münzen. In der ersten Ära bekomme ich dafür eine Münze. Später werden das dann mehr. In der zweiten sind es zwei, in der dritten drei. Und in der vierten Runde oder Ära sind wir dann bei vier Punkten sogar. Und diese Dörfer haben einen ganz, ganz großartigen Vorteil, zu dem wir am Rundenende kommen. Aber bis dahin einfach erstmal, wenn ich ein komplettes Gebiet erkundet habe, darf ich einen Würfel davon durch ein Dorf ersetzen. Okay, machen wir einfach weiter mit der Runde. Als nächstes haben wir hier das Wasserfeld. Bei dem darf ich drei Wasserfelder erkunden. Die müssen allerdings in einer geraden Linie sein. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte vielleicht jetzt hier unten noch in diese Ecke und dann später hier noch was erkunden. Ich könnte aber auch in diese Richtung gehen. Und wichtig ist bei dieser Erkundungskarte auch, ich könnte durchaus auch auf Erkundungen verzichten, wenn ich das möchte. Wenn ich zum Beispiel von hier ausgehend nur noch ein Feld weitergehen möchte, kann ich das machen. Aber immer wenn ich die Möglichkeit habe, Felder zu erkunden, sollte ich das natürlich auch nutzen. Aber wie gesagt, hier, das muss keine Dreierlinie sein. Es reichen auch zwei Felder, die man damit erkundet. Aber wenn ich hier jetzt gerade schon diese günstige Gelegenheit habe, zeige ich euch doch gleich mal, wie ich Schätze bekomme. Und Schätze, die finden wir immer auf solchen Wasserfeldern. Die sind immer noch mal extra umrandet bei ihrem Feld. Und wir finden darauf immer so einen Schiffswrack oder eine Ruine. Und ja, da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich erkunde mal diese drei Felder hier. Und wenn ich so einen Schiffswrack oder eine Ruine erkundet habe, dann lege ich da so einen offenen Truhenmarker drauf, um zu markieren, dass ich das hier schon erkundet habe. Denn ich kann von jedem dieser Felder immer nur einen Schatz bekommen. Und wenn ich so einen Schatz ziehe, dann ziehe ich dafür einfach die oberste Karte vom Stapel und sehe auch direkt, was ich dafür bekomme. Da gibt es verschiedene Dinge. In diesem Fall darf ich sofort einen zusätzlichen Erkundungswürfel platzieren. Und das ist doch eine nette Sache. Den setze ich doch einfach mal hier auf dieses Wüstenfeld. Und danach kann ich die Karte einfach direkt abwerfen. Ich zeige euch später noch mal, was es noch sonst so an Schätzen gibt. Aber grundsätzlich gilt, wenn ich ein Schatzfeld hier betrete mit einem Erkundungswürfel, dann markiere ich, dass ich dieses Feld erkundet habe und ziehe einfach vom Stapel die oberste Schatzkarte und lege die bei mir ab. Es gibt zwei Sachen, die werden einfach sofort gewertet. Der Rest ist am Ende des Spiels. Wie gesagt, die schauen wir uns gleich noch alle mal an. Machen wir aber erst mal diese Runde zu Ende. Die nächste Erkundungskarte ist dann hier das für das Grasland. Und bei der Grasland-Erkundungskarte gilt, ich kann einfach zwei beliebige Graslandfelder erkunden. Natürlich wiederum, welche die angrenzend sind an Felder, die ich bereits erkundet habe oder auch wo ein Dorf drauf ist. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so fürchterlich viel machen. Insofern nehme ich doch einfach mal das Feld und das Feld. Und hier gibt es gleich wieder eine Münze für mich. Also einen Punkt. So, und dann haben wir noch die Wüstenfelder. Die funktionieren im Grunde genommen wie beim Grasland, aber natürlich halt für Wüstenfelder. Und auch da kann ich einfach zwei beliebige Felder erkunden. Jetzt könnte ich zum Beispiel dieses Feld hier erkunden und dieses Feld hier erkunden, weil die müssen nicht zusammenhängen. Das können einfach nur zwei beliebige Gebiete sein. Ich könnte auch hier in die Richtung gehen, um noch eine Münze mitzunehmen. Aber wenn ich jetzt hier gerade schon die Gelegenheit habe, nehme ich doch einfach diese beiden Wüstenfelder noch mit. Das Runde ist eine Stadt. Zwischen den Städten kann man später Handelsrouten erstellen. Das zeige ich euch dann gleich noch, wie das funktioniert. Aber bis dahin ist es einfach erstmal ein Wüstenfeld und gehört auch zu diesem Wüstengebiet, das hier aus drei Feldern besteht. Und in diesem Moment hätte ich wieder das komplette Gebiet erkundet und könnte wieder ein Dorf hier gründen. Das könnte ich jetzt entweder auf dieses oder auf dieses Feld legen. Und ich würde mal sagen, da ich dort schon ein Dorf habe, ich nehme schon hier das Feld am Zipfel dieser Halbinsel, dann bin ich schön dicht dran an weiteren Feldern. Den Erkundungswürfel, wo das Dorf hinkommt, den kann ich dann einfach weglegen. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Moment in dieser ersten Runde. Denn wie ihr seht, die Erkundungskarte der Ära 1, die fehlt noch. Und wenn die das erste Mal aufgedeckt wird hier in der ersten Runde, dann bekommen alle Spielenden zwei von diesen Erkundungsfähigkeiten und suchen sich eine davon aus. Und das können ganz viele verschiedene Fähigkeiten sein, die aber alle sehr mächtig sind. Hier zum Beispiel bei dieser Erkundungskarte erkunde bis zu zwei Berg- und drei Wüstenfelder in beliebiger Reihenfolge. Das heißt, ein bisschen wie bei den Grasland- und Wüstenfeldern, die müssen nicht zusammenhängen. Aber ich muss natürlich, wie gesagt, sonst die Platzierungsregeln hier beachten. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich mich für diese Karte entscheiden würde, dann lege ich die hier an diese Stelle. Die andere Karte wird einfach abgelegt. Die werde ich hier nicht nutzen. Aber diese Karte, die lege ich hier an die Stelle für die Karte der Ära 1. Und jetzt kann ich halt zwei Gebirgs- und drei Wüstenfelder markieren. Und dann würde ich doch mal sagen, ich nehme doch mal hier dieses Wüstengebiet, weil da kann ich direkt wieder ein Dorf gründen. Was total super ist. Das gibt eine Münze. Und ich kann noch drei Wüstenfelder erkunden. Na, und dann würde ich hier zum Beispiel diese drei Felder noch nehmen. Für das Feld bekomme ich direkt noch eine Münze. Und auch dieses Gebiet hätte ich wieder direkt komplett erkundet, würde also auch da noch ein Dorf hinsetzen, wofür ich wieder einen Punkt bekomme. Übrigens, was die Punkte angeht, ihr müsst relativ regelmäßig tauschen, wenn ihr mit drei oder vier Personen spielt, weil gerade die Einsatzchips gehen sonst gerne mal aus. Ja, aber das wäre tatsächlich schon eine sehr, sehr erfolgreiche Runde hier gewesen. Ich habe schon vier Dörfer gegründet. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, aber am Ende der Runde passiert jetzt noch was Besonderes. Ich muss jetzt nämlich alle Erkundungswürfel wieder entfernen. Und ja, die kommen wieder zurück in meinen Vorrat. Und in der zweiten Runde kann ich jetzt wieder neu erkunden, und zwar wieder ausgehend von meiner Hauptstadt oder ausgehend von einem der Dörfer. Deswegen, die Dörfer geben nicht nur Punkte, sie sind auch ganz, ganz wichtig, um weiter erkunden zu können. Denn ja, von meiner Hauptstadt aus musste ich natürlich erst mal die Wege hierhin finden. Jetzt habe ich von diesen Dörfern aus natürlich einen viel kürzeren Weg, um zum Beispiel zu diesem Schiffsrack zu kommen oder zu dieser Stadt. Zu Beginn der zweiten Runde würde ich jetzt die fünf Basiskarten wieder reinmischen. Ich würde die Karte der Ära 1 und die Karte der Ära 2 in das Deck reinmischen. Und wenn die Karte der Ära 2 dann gezogen wird, bekomme ich wieder zwei Erkundungskarten, darf mir eine davon aussuchen, den Effekt sofort einmal ausführen. Im Laufe der zweiten Runde wird aber auch die Erkundungskarte der Ära 1 wieder gezogen und dann darf ich wieder die Erkundungsfähigkeit meiner Ära 1-Karte hier ausführen. Übrigens, die Karten haben auch immer unten nochmal Text, sodass da nochmal gut erklärt wird, wie die eben auch funktionieren. Da sollte es eigentlich nie irgendwelche Missverständnisse geben. Es gibt aber so ein paar verschiedene Typen an Karten, die werde ich euch jetzt aber nicht einzeln erklären. Ich finde es auch so ein bisschen das Spannende am Spiel, die ein bisschen zu entdecken. Aber wie gesagt, wenn ihr das Spiel dann spielt, werdet ihr da, glaube ich, nie Probleme mit haben, zu wissen, wie diese Karten dann eben genau funktionieren. Ja, aber die Handelsrouten, die muss ich euch auf jeden Fall noch erklären. Wenn ich zwischen zwei Städten, und ich mache das jetzt mal hier ganz einfach, eine Verbindung erstelle und zwar von Stadt zu Stadt, also auch das Stadtfeld selbst, muss quasi erkundet sein. Hier mein Dorf, das erzählt natürlich zu dieser Reihe dazu. In diesem Fall hätte ich jetzt zwischen diesen beiden Städten eine Handelsroute errichtet. Ich multipliziere dann die beiden Zahlen, die da auf den Feldern stehen. In diesem Fall zwei mal drei gibt es also sechs Punkte, die ich mir hier nehme. Und ich muss jetzt eine dieser beiden Städte, muss ich abdecken. Und dafür sind diese Marker hier da. Da muss ich mir ein Plättchen der passenden Farbe raussuchen. Und in diesem Fall würde ich vielleicht diese Stadt hier auf dem Grasland abdecken. Denn jetzt kann ich mit dieser Stadt keine neuen Handelsrouten mehr erstellen. Aber mit der hier drüben könnte ich durchaus noch eine neue Handelsroute erstellen. Und würde ich jetzt später in der Runde vielleicht noch diese Felder hier erkunden. Dann würde ich jetzt zwischen diesen beiden Städten noch eine Handelsroute aufbauen. Die wäre dann schon neun Punkte wert, dreimal drei Punkte. Und auch hier müsste ich jetzt wieder eines der Felder abdecken. Aber auch da würde ich dann vielleicht lieber das Wüstenfeld abdecken. Das ist manchmal hier ein bisschen fummelig, da den passenden Marker rauszusuchen. Ah ne, das ist auch ein Grasland. Also hier auch ein Graslandfeld abdecken. Auch mit dieser Stadt könnte ich jetzt nicht mehr handeln. Aber von der hier aus könnte ich auch noch eine weitere Handelsroute erstellen. Ja, so funktionieren die Handelsrouten. Wichtig ist halt, es muss eine durchgängige Linie mit Erkundungswürfeln oder Dörfern sein. Und auch die Städte selbst müssen erkundet werden. Es reicht also nicht, nur die Felder zwischen den Städten zu erkunden. Eine Besonderheit gibt es jetzt hier auf der Avenia-Karte noch. Beziehungsweise eigentlich keine Besonderheit. Die gibt es auf allen der vier Karten. Und das sind hier diese Erkundungstürme. Die sind ziemlich weit am Rande der Karte, sodass die relativ schwierig zu erreichen sind. Die Felder zu erkunden, das ist mit einem beliebigen Erkundungsfeld quasi möglich. Die sind also Joker-Terrain. Da kann man mit jedem Gelände drauf, mit jeder Erkundungskarte drauf, wenn man halt eben angrenzend dazu ist. Und wenn man so ein Turmfeld erkundet, gehen wir mal davon aus, ich habe das vielleicht so gemacht, dann stelle ich auf das Feld den Turm. Ich lege ihn jetzt mal hin, damit ihr das hier auf der Kamera auch gut sehen könnt. Der Turm bleibt dann auch später liegen. Also ich kann jedes Turmfeld nur einmal erkunden und ich bekomme dann, je nachdem wie viele Türme ich schon erkundet habe, hier entsprechend die Punkte. Für meinen ersten Turm bekomme ich sechs Punkte, für den zweiten Turm acht, für den dritten zehn und für den vierten sogar 14 Punkte. In der Regel wird man aber eher so zwei, vielleicht drei erkunden, weil wie gesagt, die sind schon ziemlich weit am Rande der Karte. Eine Sache gibt es noch und das sind die Ziele. Die, wie gesagt, sind abhängig von der Landkarte, die man spielt und es gibt sechs verschiedene, von denen immer nur drei im Spiel sind. In Arwenia zum Beispiel haben wir die Zielkarte Entdecke fünf Dörfer. Vier Stück hätte ich schon. Wenn ich jetzt noch irgendwo ein fünftes entdeckt hätte, sagen wir mal, ich hätte vielleicht zum Beispiel hier noch die Wüstengelände erkundet und hätte hier das fünfte Dorf entdeckt, dann lege ich einfach einen meiner Marker auf diese Zielkarte. Wenn ich das als erster erreiche, dann bekomme ich dafür zehn Punkte. Alle anderen können dann noch fünf Punkte bekommen und wenn im gleichen Zug mehrere Leute dieses Ziel erfüllen, dann bekommen natürlich alle dann auch die zehn Punkte und wie gesagt, alle anderen können dann immer noch für fünf Punkte das Ziel erreichen. Mein Tipp ist, nehmt euch diese Punkte einfach sofort. Ich würde jetzt hier zum Beispiel die zehn Punkte dafür bekommen, denn das vergisst man tatsächlich sehr gerne mal dann am Ende des Spiels, ob man sich diese Punkte schon genommen hat. Deswegen die einfach immer sofort nehmen. Ja, was haben wir hier sonst noch für Zielkarten? In Arwenia erkunde drei Ruinenfelder am Rand der Landkarte. Das sind zum Beispiel dieses, dieses und dieses Feld oder auch das und das, weil die befinden sich hier ganz am Rande der Landkarte. Also da müsste ich drei von erkunden und zwar drei verschiedene. Das werde ich dann natürlich sehen, indem ich hier die Truhenmarker draufgelegt habe, wenn ich die einmal erkundet habe. Dann entdecke Dörfer in drei verschiedenen Ländern. Länder, die sind hier eine Sonderregel auf der Arwenia-Karte. Länder sind immer die zusammenhängenden Landgebiete, die halt von Ozean getrennt sind. Also das hier ist ein Land, das hier ist ein Land, das hier ist ein Land. Genau, das hier ist ein Land. Hier ist wieder ein Wasserfeld. Das ist ein Land und dann haben wir hier ein Land. Und auch diese schmale Insel hier ist auch ein ganzes Land. Also auch da könnte man das mit erfüllen, wenn man halt Dörfer auf diesen Ländern entdeckt. Und damit wir da nichts auslassen, wir haben dann hier ansonsten für Arwenia noch Entdecker, ein Dorf in einem Gebiet aus fünf oder mehr Feldern. Die sind vor allem hier am Rande der Karte eher zu sehen. Also hier haben wir zum Beispiel ein Gebiet aus sechs Graslandfeldern. Oder hier haben wir ein Gebiet aus fünf Wüstenfeldern. Wenn man dort ein Dorf entdeckt hat, dann kann man das hier erfüllen. Errichte zwei Entdeckungstürme. Da hätten wir jetzt hier einen. Und wenn wir den zweiten errichten, hätten wir das hier erfüllt. Und errichte zwei Handelsposten auf Städten mit Wert drei oder höher. Die Handelsposten sind diese Marker, mit denen ich die Städte abdecke, nachdem ich dort eine Handelsroute erstellt habe. Und da hätten wir zum Beispiel hier eins schon mal mit dem Wert von drei abgedeckt. Und ja, hätte ich das hier abgedeckt, dann hätte ich da sogar schon das Zweite und hätte auch diese Karte erfüllt. Ihr seht, die Ziele sind also auch nicht sonderlich kompliziert. Man muss halt immer nur darauf achten, wenn man das erfüllt hat, schaut man, bin ich der Erste oder die Erste, der oder die das erfüllt hat, dann bekommt man zehn Punkte. Wenn man das in einer späteren Runde oder einem späteren Zug erfüllt, dann bekommt man dafür noch fünf Punkte. Ja, und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, ist der Sieger oder die Siegerin des Spiels. Vier Runden werden insgesamt gespielt und man hat halt in den ersten drei Runden jeweils so eine neue Erkundungsfähigkeit. Also irgendwann werde ich dann hier noch meine dritte Erkundungsfähigkeit haben. Und in jeder der folgenden Runden werden diese Karten halt auch wiedergezogen. Das heißt, in der dritten Runde sind diese drei hier alle wieder drin. Das heißt, ich werde meine Erkundungsfähigkeit aus der ersten Runde wieder aktivieren und die aus der zweiten Runde wieder aktivieren. Ich bekomme in der dritten Runde noch meine dritte Erkundungsfähigkeit. Und in der vierten Runde kommt halt noch diese Karte dazu. Wenn die aufgedeckt wird, darf ich eine der drei quasi nochmal machen. Also insofern, die nutzt man schon mehrfach und die sind wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, wie die funktionieren, steht immer nochmal auf den Karten drauf. Wenn ihr die Basics des Spiels verstanden habt, wird das kein Problem für euch sein, das eben auch umzusetzen. Was ich jetzt hier nicht nochmal extra erklärt habe, ist, wie das Solo-Spiel funktioniert. Da gibt es ein paar ganz kleine Änderungen. Das könnt ihr aber nachschauen in einem meiner beiden Solo-Let's Plays, die ich zu dem Spiel schon gemacht habe. Die findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich euch ja schon gesagt, wir haben vier verschiedene Landkarten. Arwenia ist schon so ein bisschen die Basiskarte. Die einzige Sonderregel ist halt diese Regelung mit den Ländern, halt immer diese zusammenhängenden Landmassen. Schauen wir aber doch einfach mal noch auf die anderen vier Landkarten, damit ihr auch da wisst, wie die funktionieren und was es da so für Ziele gibt. Und dann kann ich euch nämlich auch gleich noch sagen, wofür hier dieser letzte Markertyp, diese Kristalle sind. Die gehören nämlich auch zu einer der Landkarten. So, dann haben wir hier die Argon-Karte. Argon ist an und für sich noch ein bisschen simpler eigentlich sogar als Arwenia, denn bei Argon gibt es keinerlei Sonderregeln. Aber es hat ein relativ, ja man kann schon sagen, anspruchsvolles Layout. Ihr seht, es gibt sehr viel schmalere, kleinere Landabschnitte mit viel mehr Wasser dazwischen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch ein paar gute Wasserfähigkeiten vielleicht dabei zu haben. Auch hier gilt natürlich, wir starten von der Hauptstadt aus. Wir haben Ruinenfelder, wir haben unsere Entdeckungstürme hier am Rande der Karten und wir haben unsere verschiedenen Städte hier über die Karte verteilt, wie immer hier in rund dargestellt. Wir haben aber auch ein paar Münzfelder hier, die sogar drei Münzen geben. Also hier dieses Gebirgsfeld zum Beispiel ist da sehr lukrativ, wenn man so möchte. Und wir schauen natürlich auch hier einmal auf die Ziele, die es hier zu erfüllen gibt. Da haben wir zum Beispiel Entdecke zwei Dörfer auf Bergfeldern, also halt auf diesen Berggeländen. Die sind auch tatsächlich etwas größer als auf der Arwenia-Karte. Da haben wir zum Beispiel auf der Startinsel schon ein Gebirgsgebiet, das nur aus zwei Feldern besteht. Aber das hier besteht aus sechs, das hier besteht aus fünf, das hier besteht aus vier und das hier aus drei. Das ist aber auch schon eine Ecke weiter weg. Also das ist auch gar nicht so einfach. Entdecke zwei Dörfer auf Bergfeldern ist ein Ziel. Entdecke ein Dorf, das an einen Entdeckungsturm angrenzt. Sprich, wir müssten ein Dorf hier an einem der Türme platzieren. Dann entdecke Dörfer auf Grasland, Wüsten und Bergfeldern. Also auf allen drei unserer Geländearten jeweils ein Dorf. Errichte Handelsposten auf Grasland, Wüsten und Bergfeldern. Das heißt, wir müssen Handelsrouten zwischen den Städten verbinden. Und von jedem Geländetyp eine Stadt hier mit so einem Handelsposten dann eben abdecken. Dann würden wir halt hier dieses Ziel erfüllen. Nehmen wir mal, genau. In diesem Falle hätte ich jetzt hier von jedem eins abgedeckt, weil ich da Handelsrouten erstellt habe. Und dann könnte man hier dieses Ziel erfüllen. Vervollständige eine Handelsroute, die einen Wert von mindestens zwölf hat. Und da haben wir hier eine 4 und da eine 3. Wenn ich da eine Handelsroute zwischen verbinden würde, wären das zwölf Punkte. Oder ich habe hier natürlich sogar zwei Viererstädte. Dazwischen könnte ich sogar 16 machen. Aber so eine lange Handelsroute zu bauen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Dann haben wir hier zu guter Letzt noch erkunde Ruinenfelder, die an Grasland, Wüsten und Bergfelder angrenzen. In diesem Fall geht es also um die Ruinenfelder. Und da müssen halt auch alle drei Geländearten dran liegen. So ein Feld würde natürlich Grasland und Wüste schon abdecken. Oder hier hätten wir Gebirge, hier hätten wir Grasland und Gebirge. Also auch das könnte man schon relativ schnell erfüllen, wenn man halt an die entsprechenden Felder rankommt. Ja, soweit zu Argon. Dann kommen wir zur Karte von Kazan. Kazan hat schon mal eine Besonderheit, die man sofort gut erkennen kann. Und zwar diese Vulkanfelder. Die können nie erkundet werden. Das heißt, die blockieren einen schon ein gutes Stück weit bei der Erkundung. Und wir haben bei den Ruinen- bzw. Schiffswrackfeldern jeweils Buchstaben drauf. Und die sind dann für die Ziele relevant. Ansonsten funktionieren die ganz normal und auch alles andere funktioniert hier ganz normal. Eine Besonderheit gibt es noch. Wir haben hier Gebirgsgebiete. Die sind komplett mit Münzen voll. Das heißt, auf diesen können wir niemals ein Dorf platzieren, weil Dörfer halt immer auf ein komplett leeres Feld sozusagen gelegt werden müssen. Also nicht auf ein Feld mit aufgedruckten Münzen. Deswegen hier und hier wird man in diesen Gebirgsgebieten niemals ein Dorf platzieren können. So, das sind die Besonderheiten von der Landkarte. Schauen wir auch hier dann auf die Ziele. Also verbinde zwei Städte und zwei Ruinenfelder durch eine ununterbrochene Kette aus Kundschaftern oder Kundschaftern und Dörfern. Das heißt, ja, ich müsste halt hier Felder belegen. Ich mache das mal kurz vor, dass wir das zum Beispiel so haben. Da würden wir natürlich den entsprechenden Schatz nehmen und auch das Feld markieren, dass es schon erkundet wurde. So, ich nehme mir mal ein paar Würfelchen hier raus. Die Schälchen sind zwar schön sonst so, aber jetzt hier zum Vorführen ist es einfacher, das so zu machen. Und dann würde ich das noch so und so machen. Und jetzt habe ich hier eine ununterbrochene Kette von erkundeten Feldern mit zwei Städten und zwei Ruinenfeldern drin. Und dann würde ich halt hier dieses Ziel erfüllt haben. Was haben wir hier noch dabei? Erkunde die Ruinenfelder B und D. Ja, da kommen jetzt halt diese Buchstaben mit ins Spiel. B haben wir, ich komme die nochmal weg. B ist hier drüben und D ist hier. Also, die liegen schon sehr weit auseinander. Und erkunde den nördöstlichen Erkundungsturm und das Ruinenfeld C. Nordosten wäre hier. Und das Erkundungs-, das Ruinenfeld C, das liegt. Na, wo liegt das denn? Das liegt hier. Also, diese beiden Felder. Erkunde die Ruinenfelder A und J. Entdecke ein Dorf, das an ein Ruinenfeld angrenzt. Ja. Und erkunde ein Feld mit mindestens drei Münzen. Na, da hätten wir zum Beispiel hier welche, aber hier ist sogar ein Vierer dabei. Also, auch da sind die Ziele eigentlich relativ simpel, aber auch wiederum eine ganz besondere Karte alleine durch die Vulkane. Zu guter Letzt haben wir dann noch die Zenidaria-Karte. Die hat eine große Besonderheit mit den Resonanzkristallfeldern, die wir hier finden. Und wir haben bei den Ruinenfeldern drei verschiedene Symbole. Das können entweder ein Quadrat sein, ein Kreis oder ein Dreieck. Auch das ist dann wieder für die Ziele relevant. Die schauen wir uns natürlich auch gleich wieder an. Eine Besonderheit hier, halt die Resonanzfelder. Achso, und wir haben hier so ein paar Steilklippen oder so zerklüftete Felsen im Wasser. Auch diese Felder, wie bei den Vulkanen eben schon bei Kazan, können wir niemals erkunden. Also, da kann man niemals mit einem Erkundungswürfel oder sowas draufziehen. Die Resonanzkristalle. Bei denen gilt, wenn ich ein Feld mit einem Resonanzkristall erkunde, dann lege ich da einen Marker drauf, um zu markieren, dass ich dieses Feld erkundet habe. Später kann ich da zwar wieder draufziehen, aber ich bekomme da dann in diesem Falle nichts extra für. Die Kristallfelder sind auch wie die Entdeckungstürme Joker-Gebiete. Da kann ich also mit einem beliebigen Erkundungseffekt quasi draufziehen. Wenn ich so ein Feld das erste Mal erkunde, bekomme ich einfach so viele Punkte, wie da draufstehen. In diesem Falle würde ich also einen Punkt dafür bekommen. Der Marker, der bleibt jetzt hier halt drauf liegen. Und wenn ich dann in einem anderen Zug oder auch in einer späteren Runde eines der anderen Felder erkunde, sagen wir zum Beispiel, ich würde vielleicht dieses Feld hier oben erkunden, würde ich natürlich auch das hier markieren, dass ich das erkundet habe. Und in diesem Moment bekomme ich die Punkte von dem Feld und von allen Feldern, die ich schon erkundet habe. Das heißt, hierfür würde ich dann schon drei Punkte bekommen. Und ja, dann vielleicht noch später würde ich hier das Feld mit den drei Kristallen erkunden. Und dann würde ich jetzt schon sechs Punkte dafür auf einen Schlag bekommen. Also die stapeln sich im Grunde genommen beim Sammeln der Punkte. Da kann man schon einiges an Punkten extra machen, wenn man da im Laufe des Spiels alle von diesen Feldern tatsächlich auch erreicht. So, dann schauen wir jetzt noch hier auf die Ziele. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wir haben hier diese Symbole, die wir auf den Ruinenfeldern finden. Erkunde drei Ruinenfelder derselben Art. Also zum Beispiel hier habe ich einen Kreis, da habe ich einen Kreis und da habe ich einen Kreis. Die drei müsste ich erkunden, um das hier zu erfüllen. Erkunde ein Ruinenfeld jeder Art, also Kreis, Quadrat, Dreieck. Entdecke zwei Dörfer, die an Kristallfelder angrenzen, also hier an die rosa farbenen Felder. Erkunde zwei Kristallfelder und entdecke drei Dörfer auf derselben Gelände Art. Also zum Beispiel hier auf dem Grasgelände. Übrigens, das ist ganz wichtig für die Dörfer, auch die Städte müssen erkundet sein, um ein Gebiet komplett erkundet zu haben. Also in diesem Fall müsstet ihr diese vier Felder erkundet haben, um ein Dorf zu gründen. Aber ich könnte hier auf Grasfeldern und hier auf Grasfeldern und dann auch nochmal hier auf dem Grasgelände jeweils alles erkunden und Dorf gründen. Dann hätte ich dieses Ziel erfüllt. Und vervollständige eine Handelsroute, die einen Wert von mindestens 16 hat. Und das funktioniert auch ganz gut, weil es gibt hier relativ wenige Städte. Aber das hier ist vier wert, das ist vier wert. Also hier dazwischen eine Handelsroute zum Beispiel wären 16 Punkte. Aber wir haben hier sogar eine Städte, die fünf wert ist als Multiplikator. Also da kann man auf jeden Fall Mittel und Wege finden. Ja, und das ist dann tatsächlich auch alles, was ihr hier wissen müsst quasi. Ah, halt, eins habe ich noch vergessen, die Schätze. Und da gehen wir doch einfach gerade nochmal kurz durch, was es alles gibt. Vorhin gezeigt habe ich euch ja schon die Erkundungswürfel, die man einfach zusätzlich setzen kann. Auch das ist einfach sofort ausführen und dann ablegen. Dann haben wir eine Karte mit zwei Münzen. Auch die nimmt man sich einfach und legt die Karte dann ab. Alle anderen Karten, die jetzt noch kommen, die bleiben tatsächlich einfach beim Liegen bis zum Ende des Spiels. Und da haben wir zunächst die Amphoren. Da schaut man am Ende des Spiels einfach, wie viele man davon hat. Eine wäre nur ein Punkt wert, zwei wären vier Punkte wert, drei wären neun Punkte wert und vier Stück wären sogar 16 Punkte wert. Mehr wird man in der Regel nicht bekommen. Also dafür sind es zu wenige und dafür erkundet man auch nicht zu viele Schätze. Ja, insofern 16 Punkte ist hier das Maximum. Dann haben wir noch für das Spielende eine Münze für Dörfer auf einem bestimmten Geländetyp. Und da gibt es natürlich für alle drei Geländearten passende Karten. Für jedes Dorf auf Grasland, für jedes Dorf auf Wüste und für jedes Dorf auf Gebirgen. Und wir haben auch noch eine Karte, die uns jeweils eine Münze für zwei beliebige Dörfer gibt. Und die sind natürlich hier, oder was heißt natürlich, aber diese Karten sind hier auch tatsächlich ergänzend. Das heißt, wenn ich hier ein Dorf für abrechne, darf ich das trotzdem auch für so eine Wüstenkarte abrechnen. Und ich dürfte auch die gleiche Karte mehrfach haben. Wenn ich jetzt also zum Beispiel zweimal diese Karte hätte, dann würde ich für jedes Dorf in der Wüste zwei Punkte bekommen. Und ich kann auch noch Punkte für jeden Erkundungsturm oder Entdeckungsturm, wie es richtig heißt, bekommen. Und ja, auch das ist noch eine Möglichkeit. Und das sind tatsächlich alle Arten von Schätzen, die ihr hier im Spiel finden könnt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum Fazit. Und damit komme ich zu meinem Fazit zu die Gilde der fahrenden Händler. Gleich zu Anfang muss ich sagen, ich liebe dieses Spiel. Und dafür gibt es drei Hauptgründe. Da ist zunächst die Grundmechanik, die man in Anlehnung an Roll- bzw. Flip-and-Ride-Spiele als Flip-and-Bild bezeichnen könnte. Was die guten Roll- bzw. Flip-and-Ride-Spiele wie Railroad Inc., Welcome To oder die Next Station-Reihe, um nur einige zu nennen, für mich immer wieder so interessant und unterhaltsam machen, ist, dass alle Spielenden mit grundsätzlich den gleichen Mitteln arbeiten, dennoch aber etwas ganz Eigenes schaffen. So geht es dann nicht nur darum, etwas abstrakt zu optimieren, sondern man ist sichtbar kreativ tätig und sichtbar wirklich im wörtlichen Sinne. Statt etwas zu schreiben oder einzuzeichnen, platzieren wir bei der Gilde der fahrenden Händler Holzelemente auf unseren Landkarten. Das gibt dem Prinzip einen schönen optischen und auch haptischen Zusatz. Man muss nur aufpassen, die Landkarten nicht zu sehr zu bewegen, damit die Sachen darauf nicht verrutschen. Zweiter herausragender Punkt am Spiel ist für mich die spannende und unglaublich befriedigende Progression im Laufe des Spiels. Ein Element davon ist, dass man am Ende jeder Runde die Erkundungswürfel wieder wegräumen muss. Das sorgt dafür, dass man strategisch vorgehen und die Dörfer gezielt nutzen muss und sich nicht einfach beliebig ausbreiten kann. Man muss darauf achten, welche Erkundungskarten in der laufenden Runde bereits aufgedeckt worden sind und welche noch kommen werden. In welcher Reihenfolge diese aufgedeckt werden, ist natürlich Zufall, aber man weiß immer, welche Karten noch kommen werden und kann entsprechend Risiken eingehen oder diese vermeiden. Das zweite Element der Progression und für mich persönlich das coolste Element des Spiels sind die individuellen Erkundungsfähigkeiten. In jeder der ersten drei Runden freue ich mich immer riesig auf den Moment, wenn die jeweilige Erkundungskarte zum ersten Mal gezogen wird und man eine neue Erkundungsfähigkeit bekommt. Diese auszuführen fühlt sich neben den normalen Erkundungskarten wunderbar mächtig an und durch die vielen verschiedenen Varianten wird man in jedem Spiel ein anderes Erlebnis damit haben. Durch die zusätzlichen Erkundungskarten, die jede Runde dazukommen, kann man in jeder Runde schließlich mehr machen als in der Runde davor, was das tolle Gefühl des Wachstums vervollständigt. Mit der Abwechslung komme ich dann auch zum dritten Hauptgrund, warum mir die Gilde der fahrende Händler so gut gefällt. Da sind natürlich die schon genannten Erkundungsfähigkeiten. Des Weiteren wird man selbst in der vierten Runde, in der man so viel mehr tun kann als in der ersten Runde, nie die ganze Landkarte abdecken können. Man wird immer mal mehr in die eine oder in die andere Ecke der Karte ziehen. Die vier verschiedenen Landkarten mit ihren kleinen Sonderregeln und ihren unterschiedlichen Zielkarten, von denen jeweils nur drei bis sechs eingesetzt werden, haben schließlich ebenfalls nochmal einen großen Anteil an der Abwechslung von Partie zu Partie. Ja, und schließlich kommt dann noch dazu, dass ja immer alle gleichzeitig spielen, wodurch es nahezu keine Downtime gibt und die Spielzeit liegt mit realistisch wirklich 45 bis maximal 60 Minuten in einem sehr angenehmen Bereich für ein Spiel der gegebenen Komplexität. Bei der optischen Gestaltung und dem Material habe ich nichts einzuwenden. Die Landkarten sehen wie schöne alte Landkarten aus, wobei die Geländearten immer gut erkennbar sind. Die Holzelemente, die man auf der Landkarte verteilt, haben passend dazu zwar kräftige, aber unaufdringliche Farben. Die Dörfer und Türme sind Teile, die man nicht ständig in Brettspielen sieht. Also ihr merkt, ich bin wirklich begeistert vom Spiel. Wie immer will ich aber auch hier auf Punkte hinweisen, die nicht perfekt sind oder zumindest nicht jedem bzw. jeder gefallen werden. Da ist zum einen, dass das Spiel am Ende des Tages doch sehr solitär ist. Alle basteln so vor sich hin und bis auf höhere Punktzahlen für das Erfüllen der Zielkarten als Erster bzw. Erste kommt man sich nirgends in die Quere. Mich persönlich stört das hier überhaupt nicht, denn ich kann mich so ganz auf mein eigenes Vorgehen konzentrieren und schaue nur ab und zu mal, welche Pfade die anderen so wählen. Da es aber viele gibt, die Interaktionen zwischen den Spielen wichtig finden, sollte man das aber auf dem Schirm haben. Nicht völlig zufrieden bin ich persönlich mit den Schätzen. Welche man überkommt, ist reine Glückssache und dann sind sie meist auch nur überschaubar interessant oder wertvoll. Das ist ein wenig schade, denn natürlich juckt es, einen immer sehr Schätze zu finden. Da man Schätze häufig aber auch mal nebenbei mitnehmen kann, ist das letzten Endes kein Dealbreaker für das Spiel, aber man überschätzt die Schätze anfangs vielleicht ein wenig und aus meiner Sicht könnte man vielleicht auch noch mit einer sehr wünschenswerten, ordentlichen Erweiterung noch ein wenig mehr Pepp da reinbringen, ohne das Balancing durcheinander zu werfen. Ich sage übrigens ordentliche Erweiterung, denn es gibt zwar die Mini-Erweiterung im Auftrag der Königin, aber diese enthält in Anführungszeichen nur zwei zusätzliche Landkarten und die dazugehörigen Marker und Zielkarten. Vor allem aber dürfte sie mittlerweile wohl nur noch gebraucht oder zu sehr hohen Preisen erhältlich sein, da sie im Gegensatz zum Grundspiel wohl leider nicht neu gedruckt wird, weswegen ich in diesem Video auch sonst nicht auf die Erweiterung hier eingegangen bin. Soweit aber auch schon die Kritikpunkte, die ich am Spiel habe. Die Gilde der fahrende Händler hat mich schon beim ersten Probespielen beim Originalverlag AEG auf der Spiel 2022 begeistert. Seitdem schaue ich immer nach, wenn Matthew Dunstan und Brad Gilbert wieder ein Brettspiel rausbringen. Von Dunstan kann ich daher, gerade wenn man sich für Roll- und Flip-and-Ride-Spiele begeistern kann, die Next Station-Reihe und Waypoints besonders empfehlen. Es freut mich auch sehr, dass die Gilde zum Kennerspiel des Jahres 2024 nominiert wurde. Da dieses Video wenige Tage vor der Preisverleihung erscheint, bin ich an dieser Stelle natürlich noch gespannt, wie es ausgeht. Nach der Preisverleihung werde ich dann das Ergebnis in der Videobeschreibung vermerken. Abschließend gibt es hier aber auf jeden Fall meine wärmste Empfehlung für die Gilde der fahrenden Händler. Und damit komme ich dann auch zum Schluss für diese Folge von Auf den Tisch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und für den Kanal gerne auch ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Klickt am besten auch auf die kleine Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtet, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Falls ihr noch eine Frage zu die Gilde der fahrenden Hände habt oder auch eine eigene Meinung dazu, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Folgt mir auch mal bei Facebook, Instagram, Blue Sky oder X, wo ich zwischen meinen Videos Bilder und andere Beiträge rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft poste. Bis wir uns im nächsten Video oder an anderer Stelle wiedersehen, sage ich dann bis bald und ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.